du musst jetzt sagen warum eigentlich immer immer ich ich bin aufnahme ich glaube ich glaube der alexis live guck mal müsste müsste laufen youtube ist schon wieder diese schlechte seite ja ich sehe ihn kaum mit mir überrollt immer noch nicht ich kauhe noch muss ich noch irgendwas machen dann kann euch das hier aus jetzt auf der playstation stream da ist das spiel schon so ich werde dann soweit aber echt mit argo muss das sein ich kann nicht ready klicken ready habe ich gedrückt machen wir jetzt im first person oh ha oh ha my only miss is killing me and i i must come first i still believe ja ich bin ich bin ein bisschen ein bisschen heiser deswegen muss der argo ja auch heute onanieren und nicht ich ich glaube ich habe einen abfluss dann müssen wir noch mal raus oder was ich bin drin ja stimmt du kannst ja du kannst ja wieder zurückkommen ich will aber nicht bis zum ende durch ich will nicht bis zum ende durch wann ist er wieder da der junge wann ist er wieder da das habe ich mich auch gefragt ich habe es extra geupdatet ja waren fünf waren vier stunden oder fünf stunden gegen aber das geht aber noch ja das geht aber noch ähm 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 wo waren wir überhaupt hin was denn geh mal Richtung shooting range weil ich denk so weit zu weit das schaffen wir zu weit nein schaffen wir wenn wir über äh gorgopol sind bla drei zwei eins weg ja wir wir holen wir holen waffen du sitzt noch drin oder benson ja agu auch ja ich habe gewartet ich lasse benson dann noch nicht alleine was stellst du uns jetzt so da als ob hilli und ich arschlöcher sind ja dabei dabei bist du doch egomon 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 senpai egomon senpai kann überhaupt nie teilen meine munition meine kiste das einzige was egomon senpai ab und zu mal teilt ist ein link dann hört es auf oh connection failed hier soviel zum thema ist zu weit ne guck mal hilli du landest hier mit drei leuten ja die wahrscheinlich das gleiche problem haben wie ich äh zwei looten einer landet hä aber benson ist ja weg benson ist ja tot nein er ist nicht tot sondern er lebt noch ich bin neben ihm ja er lebt noch der olle ach scheiße ich habe vergessen dass das ego perspektive ist ich bin raus ich bin raus ich bin raus nicht so ergo perspektive das gibt gerade schon ich sag doch er ist raus warum hört denn keiner auf mich ihr deppen ja er kann doch reconnecten ja da steht aber connection failed dann probierst du noch weiter klar ist das match noch im progress ja du bist auch noch im match drin ja und dann drücke ich auf continue und dann kommt nochmal aus und nochmal an the problem is sitting in front of the pc ich kotz gleich verteidige dich solange ich kann ja nicht so lange solange ich munition habe ich hab schon was zum schießen du und du so oh was habe ich denn hier schönes oh guck mal 8-fach 8-fach und das ist ein abfuck 8-fach darfst du nicht haben das musst du argo geben ja ich weiß alles was gut ist muss man argo geben musstest du dein 8-fach mir geben nein habe ich das benutzt weiß ich gar nicht nein du bist gestorben kompensator ja weil mir pseudo und kopf geschossen hat ach so stimmt da war was kompensator du 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 ich schieße halt mehr aufs eigene team wie aufs gegner was ist das problem so wollen wir unterstützen oder was ach wir sind ja voll im kreis und so wo bist du denn hilly du kriegst nichts zu schießen jemand der keine hochdeutsch hat kriegt nichts zu schießen jetzt geht es aber bestimmt was hochdeutsch das könnte natürlich ein connection problem darstellen lieber battle-eye als gar kein ei heul nicht rum bist du schon in den dings gewesen hilly in ähm hier sag schon bunkeranlagen ja wahrer wahrer oh hier haben wir ein uaz dann können wir gleich kommen ja ich sag doch dass der benson raus ist der hat ein x da wenn der wenn der reconnecten könnte wäre da kein x doch nein trotzdem doch nein ich töte ihn ich töte gleich argo einfach so weil ich weil ich bock drauf hab wenn du es hinbekommst alter jetzt jetzt will er mich auch noch rausfordern wenn du es hinbekommst also ich stehe hier mit benson wen hä ich kann ich kann nicht schießen was ist das denn wenn du es hinbekommst ja ich hab den gehört drück rechts hier kann ich schießen ähm hilly hier unten in der bunkeranlage ist Zeug für dich aber wenn es jetzt ist ich komm oh hier ist sogar eine k98 oder was ist das oh da ist ich eine k98 die nehmen wir allemal ist Zeug für mich hast du gesagt essen kochen was du gehst essen kochen so genug Muni habe ich soll ich euch gleich mitnehmen zur Kochstunde oh machst du einen Livestream da habe ich leider keine Kamera tut mir leid aber hä dann nimmst du die von deiner Schwester die sie immer bei YouPorn benutzt die hat leider auch keine die ist qualitativ ist die ganz gut ey da siehst du echt jede Unebenheit im Körper ich rede von deiner gerade frisch 18 gewordenen Schwester oh woher weiß der das gerade frisch ist es jetzt nicht naja gut das ist auch schon jetzt zwei Monate her ja ja Gott du sollst nicht mehr denken aber egal ich weiß alles ich habe ihr noch gratuliert auf der Facebookseite ja ja ich weiß ja ja ich weiß nein habe ich nicht ich habe nur gesagt ey nimm den Hund nicht mehr so hart ran so komm Hilly wir fahren noch zum nächsten Bunker Alex dass deine Videos noch nicht gesperrt sind auf YouTube das ist so krass ne ohne Scheiß weil es interessiert einfach keinen so andere kriegen so so darf nicht mehr beworben werden nimm bitte das Video runter du hast irgendwas über Sodomie gesagt bei mir ist das so du hast auch keine Monetarisierung mehr aber trotzdem doch ich habe Monetarisierung ja ich hatte die mal deaktiviert und dann hat die YouTube von sich aus wieder angeschmissen und dann habe ich gedacht ach sie wollen ja ja weißt du diese bescheuerten sieben Dollar oder was im Monat die es noch sind also ich bitte dich aber egal also sie wollen sie wollen das unbedingt ja dann habe ich gesagt gut dann ist es halt so muss ich damit leben dass sie mir Geld geben wollen und äh wie kriegen wir da anteilig eigentlich von ab äh meine Freundschaft das ist alles das ist nur eine finanzielle Freundschaft ich verbringe nur Zeit mit euch damit ich mein YouTube Money damit ich mein YouTube Money bei Rambazamba in Gannersheim verballern kann das Problem daran ist das YouTube Money kriegst du nur durch uns weil wir immer dabei sind ja das ist so das ist so ich meine hallo ich werbe jetzt gerade damit dass du ornanierst ja siehst du wir werben das halt alles immer auf ja ich habe auch heute wieder Nachrichten gekriegt so ey ist der Argo ey machst du wann machst du immer wieder Livestream hoffentlich ist der Argo dabei Alex das Problem dabei ist der Argo ist nicht da also 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 hast du hast du einen schwarzen Griff äh ne hab ich nicht ich hab gestern gesehen Heli guck mal zu mir rüber da hat einer so ist an mir vorbeigefahren und hat dann irgendwie so gemacht oder warte 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 warum geht's denn jetzt nicht scheiße warte so und dann sofort raus und hat auf mich geballert und ist dann sofort wieder auf den Wagen und weitergefahren so voll krank ach so ja der hat die Position gewechselt und dann weiter genau genau der hat die Position gewechselt und hat mir sofort eine verpult ja natürlich mach das schlecht oh der Stream leckt ja bei mir nicht das ist gerade eben bei mir legt nichts zum Spiel ja ich es spricht gerade auch immer mal wieder geringfügig ein ja aber so diese komische Kamera die ist total vernebelt das geht gar nicht ach so warte also irgendwann spanne ich mir mal eine 200 Kilometer lange Kabeltrommel Netzwerkkabel aufs Auto Oktober Oktober Baby ich arbeite im Teambau ich verlege Tätigkabel ne zur Zeit nicht aber das ist doch ein Argo verkauft Kabel ihr solltet ich schneide das ja aber deine Firma verkauft Kabel ihr solltet mal euch kurz schließen aber wir schneiden das halt nur oh Alex naja was denn was denn was denn was denn der wird zwar schlecht was warum kurz schließen Kabel ey ne komm das war noch nicht mal so gedacht aber es aber es freut mich den hat er selbst nicht mal geteilt ne der war überhaupt nicht so gedacht aber es freut mich sehr dass das für dich das lustig war ich mach mal Licht aus ist so ist so unsympathisch so ist besser wie kommt ihr denn für Kabel NA Y oder alles Glasfaser Kupferkabel was weiß ich für ein Kabel Glasfaser kann ich auch Alex bringen Mensch ja aber es dauert hör mir doch mal zu hör mir doch mal zu wie viel Meter Kabel willst du haben brauche ich nicht weil jetzt ist es bald soweit bald ja bald werden wir jetzt werden wir scharf geschaltet dann kriegen wir hier eine Hunderttausender also wenn was sagen die habe ich schon ja hilft trotzdem nichts also Ende Oktober spätestens soll es geschaltet sein und wahrscheinlich kann ich Ende Oktober Anfang November wirklich dann umschalten uns also ich will es ja eigentlich gleich zum Start aber ob das klappt kann ich nicht garantieren also laufen sie eigentlich Streams scheiße und streamst du dann in 4K oder ne ich bleib bei Full HD aber natürlich dann in einer etwas höheren qualitativen Auflösung ich bleib auch nicht mit der hässlichen Fresse ne da rechts ja ok ich habe immer noch keine geile Visierung hier für die 416 M416 warte ich höre dich gerade nicht da ist ein Flugzeug so laut ich teile nicht ich teile nicht der Pseudo schießt aber Leute gerne in sein eigenes Team ab ja aber hier Ago du teilst ja gerne Links hier ihr könnt mal das Video bei Facebook teilen ey du hast doch auch hier Rechte für meine Seite habt ihr beide habt ihr beide genau ja dann dann schreibt doch mal schreibt doch mal Artikelchen hier und auch vielleicht mal mit bei mach mal zwei ähm Artikel einmal den Twitch Link und einmal den YouTube Link das wäre cool ok dann schreibe ich zwei Links ja ne machst du zwei zwei Beiträge zwei zwei einzelne Beiträge schreiben ja ihr wollt doch endlich YouTube Money verdienen dann arbeitet auch mal dafür Twitch Money mein nächster mein nächster Dutchia den ich mir kaufe der ist nur von YouTube finanziert wie lange willst du dann warten eieieieiei warst du bei sieben Dollar ja Alex für deinen nächsten Dutchia waren wir da vorne in den in den Turm Digga beziehungsweise wir sehen es ja gleich wo es hinspringen bis jetzt ist noch relativ ruhig hier ne ich hab noch keine Gegners gesehen du brauchst nicht so viel zu schreiben guck mal wir sind immer noch doch schreib schöne Texte hallo mein Name ist Benson und ich schreibe einen Artikel der von dem ich wirklich überzeugt bin dass er euch helfen wird auch ich schaue auch ich schaue Vendettas Homebase und ich muss sagen seitdem ist mein Penis um 15 cm gewachsen das glaubt ihr nicht probiert es aus schaut Vendettas Homebase abonniert und nicht vergessen subscribe 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 das ist ja schon so oft gesagt das brauchst du nicht mehr in den Artikel zu schreiben subscribe es ist so schön ruhig hier oder es ist auch schon ruhig was kostet ein schönes Argo erzähl mal von deinem Livestream oh oh Hilly nordöstlich 65 wo ist denn das Auto hin da ist es muss ich höher halten jetzt rennt der Pisser da oben durch jetzt muss ich ins andere Haus aber das war nur einer wir müssen ja nur zweifeln ja jeder fährt nach links nee warte mal gucken jetzt wird es nochmal was hast du jetzt echt scheiße geschrieben nein hallo hier ist der Benson und ich habe die oh 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 fuck oh fuck oh fuck oh fuck Hilly der ist da um dich herum na ist Xane wo der ist irgendwo da bei dir bei mir ja warte mal ich versuche mich gerade mal in Sicherheit zu bringen fuck ey der ist bei dir direkt da ich bin ja rüber gelaufen hab hast du ihn jawoll American Soldier ja ja cool 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 hier beim Turm ne ja im Turm ok cool ich gerade den Turm hoch sehr schön ja der wollte mich hier haben der Hund da habe ich ihm gesagt das darf aber nicht und guck mal ob der ein Vierfach Visier oder vielleicht mehrere hat Vierfach für mich ja ein Zweifach wäre auch schön was hat er geschrieben was hat er geschrieben musst du Facebook gucken ja kann ich gerade nicht der hat Fisch gehabt ne menne kann der Zweifach keine Tat hast du noch ein Zweifach würde ich sehr gerne nehmen ja ja hier der hat noch ein Dreier der hat ein Dreierhelm hast du den genommen ne ja mach mal ne da ist noch ein Dreierhelm drin guck auf alle ich den Kopf der hat Dreierhelm ich habe einen ja wo ist denn jetzt das Zweifach du hast ja gesagt du hast hier ein Zweifach ganz unten hast du noch reingesteckt oder was alter ja ganz unten Ferkel wenn du es hinlegst ist es immer ganz wie ist es ganz unten wenn du es hinlegst also wenn du es in so eine Leiche mit reinlegst ja ich muss mich noch ein bisschen heilen aber der hatte auch nicht so schön an an Medi-Packs ne gar nichts ich gehe mal wieder rüber jetzt sieh es doch mal vor was hast du geschrieben hey Kevin Königsberger was geht ab Kevin dein erster Zuschauer Edding schon mal nicht ich habe geschrieben und der Alex versucht es mit den Kniften auf ein neues während der Argo es wieder übertreibt ich übertreibe es aber nicht ich koche ich koche vermut ich habe nix anderes benutzt als du auch der ist doch ja du Administrator eben ich kann das auch in deinem Namen schreiben am ja hast du hast du in deinem Namen geschrieben oder einfach als Alex Vendetta nein Alex Vendetta als neutral als neutral gepostet von Jan Krause ach das steht da so nein steht da immer mein echter Name habe ich noch nie drauf geachtet ob da wirklich mein Name steht weiß ich nicht ich habe mir da einen anderen Post angeguckt ja guck dir mal guck dir mal bitte na gut du bist da steht immer Alex Vendetta ja wollte ich gerade fragen du hast auf die Seite gepostet und nicht über die Seite gepostet wie auf der Seite ist doch gut ja er hat deinen Stream auf deiner Seite gepostet aber nicht über deinen Namen das war ich ach so sondern über seinen Namen oder was ja ach so das war falsch du musst das unten auswählen über die Alex Vendetta Seite musst du das auswählen ja das ist gar nicht so einfach ne viral zu werden oral geht schneller oral geht viel viel schneller zwischen Argo und Benson so Heli was meinst du mehr rechts mehr links oder sind wir gut hier oh links wurde geballert aber wir sind noch gut hier es wurde westlich westen ne hast du auch gehört und zwar na und zwar ne ich seh nichts ne ich seh auch nichts aber ich glaub die sind da hinten in meinem Hafen Kevin Kevin wenn du ein guter sein willst Königsberger ne wenn du ein guter sein willst da musst du jetzt auch auf den liken und teilen button drücken wir wollen heute wir wollen heute ganz viele Leute werden soll ich heute mal ein paar Giveaways rausschmeißen ich hab noch so viele Games was hast du denn so zum Abgeben ähm boah weiß ich gar nicht ihr mir hat zum Beispiel ich hätte noch ein ich hätte noch ein Argument zum Abgeben mir hat erst vor einiger Zeit ähm hier sag schon äh Pedro Player und äh wie heißt er warum komm ich da jetzt grad nicht drauf nicht blöd ja dauergasse meinen Streams alter ist Rotkäppchen am Start all hallöchen Rotkäppchen bist du da weil der Benson jetzt gerade auf die Facebook Seite geschrieben hat dass es einen Stream gibt und dass Argo onaniert Argo du musst bitte auch nochmal du musst bitte auch jetzt ein bisschen onanieren äh nein ich hab gerade gekocht doch so danke Argo danke es steht im Text das war südwestlich Hilly Kevin hat schon oder nie 240 ja Kevin hat schon Kevin heute ist Tag des Taschentuchs leg los und wenn nicht ich hab noch Feuchttücher ah nein nein jetzt mal ohne Scheiß wenn du ein Feuchttuch dafür benutzt dann weißt du doch gar nicht ob es ob deine Hände danach feucht sind weil das Feuchttuch feucht war oder weil was durch das Feuchttuch durchgedrungen ist verstehst du bringt nichts dann nimmst du einfach noch ein Feuchttuch okay ich seh ja das Problem kenn ich fettenwitz fettenwitz in 3 2 1 ich seh den Schwanz nicht Entschuldigung oh man nicht lustig nein nein klar seh ich nen Schwanz kommt immer auf die Größe an eben nee gestern hab ich bei Facebook hatte jemand das geteilt 15 Gründe warum ein kleiner Schwanz von Vorteil ist so da stand sowas draußen hast du auch gesehen du kannst ohne Problem ich hab's gelesen weil ich es echt super lustig fand du kannst Männer mit kleinen Schwänzen geben sich mehr Mühe stand dort ein kleiner Schwanz reibt besser am G-Punkt was stand da noch Männer mit kleinen Schwanz können leicht auf dem Bauch schlafen fand ich total gut hat er ja was denn nein hab eine Meldung von dir jawoll siehst du er hat's richtig gemacht vielleicht ne manche Leute ja manche Leute haben nicht deswegen sage ich auch immer die Leute die zu lange schon bei mir abonnent sind die müssen mich einfach mal deabonnieren und wieder neu abonnieren dann kriegen sie also ne bevor man dieses alles einzeln macht so aufs Zahnrad drückt und mit der einfach die Glocke drücken ja die Glocke aber das machen halt viele nicht ist viel leichter deabo wieder abonnieren dann ist es automatisch glaube ich ne jeder der mich neu abonniert hat ja ja besser ist es einfach nur wenn die Videos dann scheiße sind und deabonierst dann hast du wieder ein gutes Video dann abonnierst warte mal bitte leise kurz das war südöstlich ja das Spiel ist bei mir auch leiser als oh scheiße leiser als Discord gucken wir ob es dir im Dings eventuell nicht umgestellt hat im Lautstärke Mixer ne ne ist okay ah ich sehe einen ähm 255 westlich ich versuch's mal oh der ging daneben oh der hat gesessen hab ich aber auch weit vorgehalten echt oh scheiße ja ich seh's gerade ja ganz leicht äh 255 westlich hinterm Baum ich hab jetzt mal auf 200 Meter Entfernung gestellt ich bin mir unsicher oh wir müssen noch weiter nach rechts Celine 200 schießt füßen gut und muss höher ich mach mal 300 ist der hinter dem Stein oder wo ist der 300 bist du ganz weit auf die Entfernung das ist ja ärgerlich Kevin ich muss mal ein bisschen runter was hat ein Kevin wenig Zeit zur Zeit ach so ja das ist ärgerlich hat aber die Glocke aktiviert das ist schön immer einer auf die Glocke ähm Hilly da oben ist ein Airdrop gekommen wollen wir da hin oder lieber nicht keine Ahnung keine Ahnung lass mal lass mal zum gelben Punkt hier von dir den hast du gesetzt oh oh da kommen Schüsse oh 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 da kommen Schüsse ich weiß aber auch nicht von wo rechts irgendwo südwestlich war der Schuss gerade wenn ich es richtig gerochen hab das Problem ist dass man ja aus der Ego-Perspektive sich nicht so weit umdrehen kann und nicht hinter seinen Rücken gucken kann wie im echten Leben wenn du keine Eule bist sei eine Eule sein willst dann sei eine Eule sei eine Eule wenn du das möchtest ja trink ein bisschen ein bisschen hier Cola Zero und sei manuell ein Neuer das ist auch in Ordnung ich bin ein Faultier wenn dann trinkst du Red Bull dann hast du Flügel wenn dann bekanntlich vielleicht Red Bull ja aber das ist hier bitte bitte äh angeben dass das hier Product Placement ist ach so Product Placement Alex rät 5000 Euro dafür für Red Bull ja für Red Bull we're flying high we're flying ich hab echt eine sehr raue Stimme heute Alter da vorne ist der Airdrop und da war aber eben gerade das ah scheiße da seh ich einen oh der ging daneben Dreier Team oh wow wow Arschlöcher na los komm geht looten der hat gesessen wo sind die Zappalot wo sind die oh du liegst scheiße ist der nah dran bei dir ist der nah dran bei dir komm ein bisschen zu mir mach ich doch oh da hinten fallen sie um kann ich kann ich dir schon helfen keine Ahnung ich weiß ich hab den nexel bewegt dich nicht kann ich nicht jetzt kann ich ne hä jetzt paar Meter haben wir noch vor uns das Team auf der rechten Seite wurde gerade schon ein bisschen weggeschossen also ein zwei sind da umgefallen war aber ein vierer Team äh ich kann dir normale Dinger geben äh das hab ich selber okay oh wow wow oh wow wow ich kassiere ich kassiere ich kassiere oh 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 okay ich brauch auch Heilung scheiße ah Mist ja keine Ahnung alles scheiße ja da war er ja auch hier lieber müssen weiter nach unten kommen oh scheiße die Zeit warte 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 komm um den komm um den Baum herum warte okay okay oh wo war das oh der kam um die Ecke gerannt scheiße man naja das war gerade richtig scheiße naja gut machen wir wieder zu viert hier bist du fertig mit kochen Agu ja ich bin schon Alter weißt du was richtig traurig ist wir machen Werbung für Red Bull und äh jetzt werde ich live in diesem Stream ein ähm wie heißt das Strongforce Zero von Aldi öffnen Achtung in 3 2 1 ja hier das Power du gehst mir so auf den Sack Benson trink doch mal wie vernünftiger Mensch Mann genau deswegen hat er es wahrscheinlich die ganze Zeit gemacht weil er darauf gewartet hat scheiße warum eigentlich immer ich ich bin doch nicht so blöd für diese Scheiße so sieht's aus ich bin ready ja wollen wir nochmal First Person spielen oder was echt echt na ok ist mir egal nicht dabei ist mir egal du bist mir auch egal hier ist ehrlich anstrengend wer ist anstrengend du soll ich nochmal was trinken ja ok ich möchte das nicht hören ich hasse dich ich liebe dich auch Alex nicht so laut sei tut mir leid aber weißt du Rotkäppchen in einer Tour macht der so ach weiß ich auch nicht ey als ob er Nacktschnecken ausschleckt lutscht ja als ob der Nacktschnecken lutscht wie andere Spaghetti so ist der Benson ja der Benson der ist so hier hat schon mal jemand was gesagt wo wir hinwollen alter so weit hinten Benson sag mal hackt's bei dir oder was ich wäre ja hier für Gatger also prison da werden viele sein da waren Freunde auch keine ja können wir uns jetzt langsam mal auf was einigen jetzt shooting ranch und los was er sagt einfach etwas alter echt jetzt hier in die Stadt oder was ihr Spacken oh ihr seid doch echt bescheuert trinke eben noch einen Schluck geh mir nicht auf den Sack du Pissnäcke macht er doch so rein geht er so viel auf den Sack wie ich will ein Team ist immer vor uns oh ja die mach ich gleich eben schnell alle ja genau allein oder was ich bin sicher wenn du mir Munition abgibst ja kommt mir her dann bin ich jetzt auf dem Dach ich bin auf dem Dach ok oh ich falle durchs Dach ja ich auch weil ich keinen Text tun ja ich auch weil ich keinen Text tun hier für Bilchrech noch ich bin allein ich bin allein frag die doch mal ob sie dir was von deiner von ihrer Munition abgeben ich hab gleich genug im Revolver auch ich hab auch einen Revolver und ne wie geil der nachlädt ey das ist ja total geil in der Ego Perspektive ja bei einer Ego Perspektive sieht das ja Hammer aus jetzt mal ehrlich voll schön ich hab in der Etage gar nicht gelootet auch nur scheiße aber hier nochmal Revolver Muni bitte Ruhe einmal bitte Ruhe einmal was soll es still sein Hilly ich schmeiß ihn jetzt lieber in den Busch boah Hilly jetzt halt doch mal in die Fresse Agro wohl Munition für uns hat ja hab ich pssst seid doch jetzt mal leise der Agro muss sich konsentieren der AK der redet doch selber die ganze Zeit pssst leise die ganze Zeit labert der redet mich auch für uns auch ey ich muss wissen wann dieser Typ hier hochkommt frag ihn doch einfach ey man muss nicht hochkommen ich hoffe du hast nicht nur Teamchat ich weiß nicht welchen Chat ich an hab ich glaub ich hab Oldchat an ja dann wär gut Intimchat Intimschmuckchat ich bin ein trauriges Muster es ist so stumpf grad hier wollen wir nicht was anderes spielen oh ja Anno oh oh Agro ich hab hier geklatscht aber du hast nur noch 76 left alright and left ja aber auch nur weil wir leise gewesen sind sonst sonst hätte das nicht geklappt da ist halt einfach zwei AKs dabei oh sehr schön easy easy peasy warm and squeezy Cheetamon wo bist du Cheetamon ich unterstütz dich auch mit meinem die Munition hat er dann eingesammelt ne ja das ist das Ding ne ich hab auch 38 Schuss alles gut gut das reicht für die ganze Garte ne ja meinst du ich werde 38 Schuss überhaupt abgeben im First Person oh hinter mir wird geschossen das wäre dann 300 nordwestlich ich wollte es nur erwähnen ich verstehe das nicht dass es gekommen nur was der kommt na 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 wenn es nur die spielen jetzt Anno jetzt genau jetzt hey Benson dein Konto ist voll oh das ging schnell ey Benson dein Volk hungert ich wollte es gerade sagen ich hatte auch einen anstrengenden Tag Kevin was was komm lass uns noch teilhaben was war bei dir heute so anstrengend gute Nacht Kevin nee erst muss Kevin uns noch was erzählen vorher läuft hier ne Goranix wo kann hier nicht mal ne Waffe liegen äh bei Alex ist noch eine Acker ja hier ist noch eine Acker aber natürlich ohne Mission weil der hat ja schon alles eingesackt hier der schnuch Alter Egomon man braucht keine 200 Schuss wenn du 100 hast ist das okay 3 Magazine oh doch oh doch du brauchst 200 Schuss nein ich verschieße in Ego über 300 ach so gut okay 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 ich spiele im Team also nein vielleicht nicht ich mag es mal 150 ey gib mir mal bitte zwei Magazine ab 60 Schuss kannst du mir mal drücken komm bitte zu mir ja ich komme komm mal komm mal komm mal ich komme noch mehr Acker Munition was willst du eigentlich ne ich komme doch aus Acker Munition warte mal 240 bei der sag mal still Kirche wird geballert Kirche Kirche nein da ist Hilly da wurde aber gerade aus der Richtung geballert ne ich glaube der ist Nordwest hier wo ist denn die Muni ich bin hier unter dir was ich bin unter dir mitten auf dem Gang hey du hast doch gesagt hier liegt was rum da unten in der Mitte ja das habe ich ja schon nein ich habe es eingesackt so ich habe nichts rumliegen lassen ich habe gerade bekommen 100 Schuss achso okay alles klar aber jetzt noch ein zweifach Visier oder sowas hast du nicht gar nichts an der Visier und hier sind alle Türen offen ich habe nur einen Rotpunkt äh guck auf meine Waffen oh ich habe eine Waffe gefunden äh Alex kommt direkt vor mir am Bisto ich bin ich bin noch gerade hier okay ja ich weiß nicht sah so aus als wäre einer vorbeigelaufen hier ist zwei Euro so UMP ich habe eine Waffe so UMP lag da hinten auch die habe ich nicht eingesackt Entschuldigung alle Liga plus AKs kann das sein ich sag doch hier liegen die überall AKs hierfach super was alter noch mehr UMPs wir müssen zu Benzen der hat den heißen Scheiß entdeckt ich will keine UMP ich will nur ein Visier ich spiele ja auch nicht mit Agu das klaut ja immer ich klau gar nichts sei froh lieber sei froh lass dich lieber beklauen anstatt dich erst schießen zu lassen da weiß ich nicht weiß ich nicht ich habe gearbeitet schon fünf und gleich zehn Minuten später hatte ich ein Fußballspiel jawohl ich bin auch Rotpunkt Visier ja das habe ich auch ich bin kurz bevor hier der Streamer ging kam ich auch gerade vom Tischtennis obwohl da muss ich zugeben dass wir heute echt nicht sehr lange trainiert haben weil wir alle sehr sehr platt waren ich 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 ja komm 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 ich auch mal in den Häusern können auch welche sein Familienhäuser oh hier wurde gelootet hier wieder nicht und hier vorne das große ist auch auf äh wo ist denn so ein Kreis eigentlich ich bin gerade drin im Kreis du musst in meine Richtung laufen äh Kreis ist knapp ich gehe mal nach ganz oben und hoffe dass hier irgendwo ein Spack oh jetzt hatte ich aber gerade Lecks aber das kann auch am Stream liegen lege ich gerade mit einem Roboter ah ja okay das wollte ich gerade wissen ob ich lege ah ganz kurz gelingen ja gießen 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 ne ich teile aber nicht für was äh M16A4 na das habe ich alles weggeschmissen echt warum schmeißt du sowas weg weil ich bloß AK habe und äh und ich glaube ich habe Black Flag ähm zu meiner Wii U dazu gekriegt und ich glaube das ist immer noch eingeschweißt und Black Flag hatte ich damals zu meiner oh Gott was waren das 770 GTX da habe ich Black Flag dazu gekriegt ist noch in meinem Wii U Play Account auch noch nie gespielt doch Zeit für ein Video ich wollte ja alle Assassin's Creed Teile machen ja aber Black Flag ist auch einer von den besten Teilen ja ich glaube hier in dem blauen Haus wo ich stehe bin ist Munition drin achso ich dachte das ist ein Gegner dachte ich auch soll ich es da mitbringen die Gegner ich komme zu dir Billy also ich habe noch 120 Grüne ich kann auch noch was abgeben 860 Herpe nee ich sag doch nur was ich schaffe also bitte Agu ist voll nicht mehr Egomon was ist los Egomon Senpai was ist los bist du jetzt Teamplay Senpai ich habe das hier mal gefragt ob ich was habe nein ihr beschwert euch immer nur dass ich was habe ich habe eben gefragt ob irgendjemand was hat du hast nur gesagt du hast wenig Munition Rückenschnie Herpes ich stehe danke Willi hat irgendjemand von euch was oh Tripper oh ich habe Gonorrhoe oh 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 alter mach jetzt die Tür auf hier alter genau ey überspann ihn nicht überspann ihn gefälligst nicht ja und du schließe Kabel nicht kurz ja 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 da war ich das hatte ich echt nicht geblickt komm Benson lauf du bist gleich elektrisiert ja bin ich schon du bist schon du bist schon im Stromzaun so wo müssen wir den hin oh warte mal leise 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 das ist silly der hier hoch kommt nein 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 das wurde geballert das habe ich nicht oder waren das eure beiden na kann sein dass ihr beide gelaufen seid ok komm wir haben noch ein bisschen vor uns du lügner du bist ein lügner das ist ja gar nichts ja aber ich bin immer ja und ich fang gerne die Leute vorher ab ich bin wirklich nicht so der der Grenzgänger weißt du das kann das kann Red Cuts Sache sein meine ist es nicht tja bumm ich brauchte so einen kleinen Affen der hier Schlagzeug spielt ich brauch eine Vierfachsuche oh ich hab einen Griff oh jemand einen Griff hab ich dann bring ich mit für irgendwen der ihn braucht ich hätt total gern ja mach ich auch warte warte extra für Benson ich bin der Benson ich bin zu dumm zum trinken hör auf wie kann man wie ein Vogel trinken ja also wie ein Vogel klingt trinken man lässt das man macht den Kopf nach unten und holt Luft während das Wasser sich noch befindet ja so sieht's aus das ist aber mit kohlensäurehaltigen Sachen nicht so zu empfehlen niemand hat gesagt dass man das machen muss hier steht Kfz das ist ein Dutch ja nein ein Lkw aber sie sind noch zu ich kann halt rein da oh loop 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 ja 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 hier ich jetzt noch 9mm Munition für den Fall dass ihr nochmal das braucht für eure UMPs ihr Landratten hab keine UMP ump rotpunkt visier ne brauche ich nicht zweierhelm ach ne scheiß brauche ich auch nicht ich brauche meinen dreierhelm oh hier ist Billy oh man hab ich Schwein gehabt ja wenn du keine GEZ bezahlst kriegst du ja auch kein Fernsehen mein Freund Schwein gehabt sagst du jetzt der Pseudo hätte mir erschossen eiskalt aber eiskalt hast du zweier Weste hat noch keine zweier Weste ich hab keine zweier Weste hier im Haus unten drin nö ist weg ach so also gerade sagst du ja gerade sagst du du hast eine ist aber auch nur ein Rotpunkt ey auf die Munition geht er weg das ist jetzt meine warum kannst du mir nicht ein Schächtelchen geben hä bist du blöd ich hab jetzt 60 Schuss für die wie viel hast du ok mehr ja komm ey dass ihr alle so viel Muni braucht ihr schießt doch eh höchstens ein Magazin weg und ihr seid alle tot auch Nur mit dem Rotpunkt Visier wenn ich eh nicht gehen im Kampf gehen mi 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 MIUI discord ist bei mir automatisch hier in streamer modus dann dann höre ich nicht was dann ist es wäre gekommen oder was hat wer was geschrieben oder was ja das ist so wenn ich wenn ich aufnahmesoftware an habe oder hier obs anschmeißer dann werden automatischen discord alle sounds deaktiviert das eigentlich eine coole sache also das war bei tss nicht musste man selber machen also discord ist an und für sich auch so in seinen ersten version besser ausgereift oder ausgereifter als tss ohne scheiß dafür dass es umsonst ist kein vergleich und von der qualität her nehmen sich beide nichts finde ich also wenn du tss auf höchste einstellung hast oder das hier ist beides qualitativ erst rein oder ja aber brauchst du die ja gut aber da machst du hier halt rollen haben wir ja darüber gesprochen dass es geht soll ich mich darum eigentlich noch kümmern ja kannst du das also ich habe dir admin rechte gegeben müsste ja eigentlich weiß ich habe ich ja eben schon ausgenutzt um dich weg zu schieben ach du hast mich weggeschoben ja weil man hat gehört was du geguckt hast was habe ich denn geguckt hörte sich nach hartz 4 an aber sag mal leise schüsse südwestlich ich habe übrigens zwei vierfach sucher gefunden ja ich habe gerade überlegt weiß ich habe jetzt gerade meine beiden waffen damit ausgerüstet das blödsinn ich glaube ich bin ich bin so nett und gebe ein ab weil es einfach sinn als mehr sinn macht wenn wenn einer von euch ja kommen ja 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 macht mehr sinn ich könnte noch ein vierfach sucher für meine schroth achillis oben hier hier die warte weil müsste die auto die auto schroth stände hast du hast du eine andere visierung dafür die du nicht brauchst oder hast du noch keine visierung drauf gehabt zwei ja würdest du mir die dann geben danke dir hier brauchte noch irgendjemanden dings hier taktisches lager und handgriff liegen hier noch so jetzt mal gucken wo waren denn die gegner irgendwo irgendwo südwestlich hier wollen wir über über razzor hier wie heißt das radzok radzok irgendwie sowas ja also hier richtung 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 blau genau ja aber das ist doch blöd oder nicht alleine hier in den in den mehrfach familienhäusern okay dann ist das von von argo gar nicht blöd wenn wir hoch auf den berg und dann rechts rüber wir haben ja eine minute zeit jetzt noch eine zweierweste ich glaube ich habe jetzt ach scheiße ja ich habe eine zweierweste ich kenne black flag gar nicht das ist das mit dem piraten ne mit dem piraten und mit den vielen boots gefahren und so also ich habe es auch nicht gespielt wie gesagt es soll auch cool gewesen sein mit dem boots fahren also wie gesagt ich muss mich da mal ich werde mich da auch einfach mal ran machen ich habe ja den ersten teil jetzt angefangen gegner süd 150 aber jetzt haben wir natürlich aufmerksamkeit von den mehrfamilienhäusern oben mehrfamilienhaus nördlich 60 nordöstlich 60 da war oben auf dem dach einer ich habe mal unten die türen im blick ähm am baum nordöstlich aber jetzt guckt schon nordöstlich 30 ich hoffe dass einer von euch der hier rum rennt ja benzen das ist okay alles ist rumgelaufen wir müssen ein stück weiter wir müssen eh meter machen wir hängen noch ein bisschen die barriere kommt leute es geht das geht es schaffen ja aber nicht so lange in die zone und geschützt geschützt wo bist du hier auch in der wahl auf lauf ich kann nicht laufen nicht immer weiter laufen die und nur leicht nach hinten kommen ja er schießt mir im dreiviertel runter er ist hin aber lauf 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 ich bin schon auf der dämon geguckt ich bin schon auf der dämon geguckt ich bin schon auf der dämon auf jeden fall auf mich wird auch geschossen oh je oh je oh Gott wie gut treffen die denn weiß ich nicht ich kassier grad gut ich bin weg nein du bist oh ok da hast du geil ja quatsch mal keine Opern ich lass mal weiter hier runter sonst trennen wir von der zone weg mich immer noch von hinten die auf dich ja die schüsse sind an mir vorbeigeflogen rechte seite Moppet das Moppet mein Moppet sein aber von wo kommen die Gegner von hinten irgendwo die sollten auch kommen abgucken ja ich seh sie gerade nicht die müssen ja immer noch in der barriere sein oder nicht ja alter wir müssen alter wären wir mal über rotzock gegangen wie ich es gesagt hab ja jawoll diese scheiße zone ich seh nichts ok ey wir haben nicht viel Zeit wir müssen jetzt echt mal ein paar Meter machen die barriere wird stärker und stärker und ich hab keinen bock in der barriere zu sterben du loot geiles Opfer los jetzt der Heli ist schon tot wegen uns sowieso eigentlich ja nicht ihr hättet ja oben langlaufen können der Essen hat gesagt ich lauf alleine Fahrzeug ja südwestlich oh ja in den Häusern ich hab nichts mehr zum heilen ich seh den Typen auch nicht ich seh den auch nicht ah scheiße volltreffer kacke ok bin ich ein Ego-Schwein wenn ich weiterlaufe nein passt auf der kommt der kommt der kommt der steht hinter der Mauer direkt hab einen tot kriegst du Benson noch geheilt ja ja hab ich noch ich hab gar nichts ich brauch auch einen wir bräuchten Fahrzeug wir haben voll viel Meter ohja sag kannst du Kiste legen schnell? achso ne Kiste hab ich nicht ich hab nur erst die ah lauf ah ich bin tot gut dann gibt's gleich wieder Loot ne er liegt ja dann in der Zone ne werd ich nicht fliegen schaffst du ne ich renne so schnell ich kann aber die Zone ist schneller wie ich zu weit so läuft das bei den Dicken hey ich bin hier vorne du schaffst es doch selbst nicht in die Zone oh direkt vor mir wird geballert warum musst du auch diese Zone die Sekundenschaden machen und die Medics einfach nur alle 5 Sekunden heilen leise mal leise mal bitte ich brauch 2 Ticks noch ja jetzt bin ich tot Benson schaffst du es? nö hier mein du kriegst alles auf den Boden nimm dir was du kannst ne macht keinen Sinn ich renne doch da jetzt nicht rein und verliere wieder wertvolle Energie doch doch was machst du? ne mein nicht 3 2 don't du bist endlich gestorben hier hört er eigentlich nein hier steht du ist endlich gestorben du ist vor allem ja du ist am besten noch mit Doppel S ne du du ist du ist gut ja ja hab ich gesehen hab ich gesehen hab ich gesehen ich hab ich gesehen cool bleiben die vom Hügel schießen auf dich cool bleiben runter runter hat er gesehen hab ich gesehen ich hoffe du hast mehr als Bandagen nein ich bin voll am Arsch mhm ja Alexa es fehlt sich die Kunden ich weiß ich hab's gesehen haha ich hab raus und hol den einen weg links von dir ruhig bleiben rechts rum leise aber keine Guti die hab ich gesehen hab ich gesehen der rennt weiter leise 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 Alex ist kein Scheiß Zeit für so'n Scheiß leise 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 von der Abkürzung das ist Parcours alter das kennst du nicht Dicke können sowas nicht geradeaus auf dem Feldweg geradeaus auf dem Feldweg ich bin so schneller hast du recht ja hab ich gehört ich seh's sogar du hast nur keine Deckung wenn du in der Zone bist das ist dein Problem oh Gott doch da vorne der Stein rechts von dir hol den rechts lieber unten im Busch wahrscheinlich irgendwo da oder was nein nein direkt unter dir im Busch der Busch der da ist ja ja muss zerhocken lass mich erstmal kurz weiter Verbände nehmen komm ja ich hör was Hurenkind nee es war Hatspeter 86 HP stand das da? nee HP 68 hyper 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 ah man können wir jetzt wie Third Person spielen? ja würde ich auch gern ist das umgucken schöner ja dadurch auch einfach ja aber das ist auch für die anderen dann halt schwer ne der Hilly ist nicht mehr da Hilly? der ist schlafen gegangen hä? Quatsch hat er was gesagt? nein der ist einfach gegangen Hilly du Nutte weil wir ihn haben sterben lassen? bestimmt nein ja ich hoffe das ist weil ich gesagt habe er soll laufen er sagt man aber auch nicht einfach so ja aber er muss laufen aber wir sind doch eine 3er Gruppe oder nicht hier 1 2 3 ja ja aber Hilly könnte echt mal wiederkommen Hilly 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 wo bist du? Hilly Hilly ist los hier aus der Gruppe raus Hilly Hilly warum drückt denn keiner von euch play? weil der Hilly noch in der Gruppe ist und jeder erstmal raus ist Hilly 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 weil der 3er Team es gibt ahja dann mach ready ja ich drück die ganze Zeit play aber irgendwie ich glaube ich muss das Spiel neu starten weil ich ja klicke und es passiert nichts weil du was? weil ich die ganze Zeit am umstellen bin wegen dir so wann darf ich denn? Ui neu starten gut ich drücke Ui ist neu gestartet hier steht die ganze Zeit loading battlegrounds ich glaube ich muss das Spiel mal neu starten Connecting 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 so jetzt bin ich da ich drück play oh es geht und an dem lagst an mir Hilly 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 bist du irgendwo da draußen? Hilly wenn du uns hörst denk an uns der ist auf der Insel nein ich glaube der ist da ich wette der macht jetzt Soloplay und ist hier drinnen weißt du? guck mal wir haben Sunshine NRJ Junior ja niedlicher Ruben Junior niedlicher Junge ich möchte Alex Vendetta ins Gesicht schlagen warum denn auch nicht? ich meine es spricht doch überhaupt nichts dagegen kannst du doch mal machen nur es läuft weg ha ich heute so bei meiner Frau so so an die Wange getätschelt so ich mache dir ein Angebot das du nicht ablehnen kannst ne und mach so klatsch 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 so ganz also wirklich ja so 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 filmmäßig dumm ne der holt die aus und klatscht mir voll ein volles Brikett hat die mir eine gedübelt ey Gadgar wie ist das denn virtuell? irgendwie nicht virtuell hä? weil offiziell bist du ja noch auf der Insel das ist nur für Minecraft bin ich auf der Insel Gadgar wie sollen wir das denn packen? ah ne hier Milter Milter schaffen wir Milter schaffen wir Gadgar hätten wir auch geschafft sei mal nicht so Habe ich schon kommt in die neue Folgegemeinschaft hier ja ich ja der Benson hat es nicht geschnitten das war ein Problem was Benson? 3, 2, 1 raus ja immer ja weiß ich auch erst seit heute ja das ah ok wenn das so ist äh 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 wir haben einen Mate verloren wo denn? ist ja egal komm doch mal her ja aber mit dem spielen wir ja auch gar nicht das ist nur dass wir nochmal Verstärkung haben in unserem Team er spielt alleine also stirbt er sich auch ja ja oh mega laut oh standbild kein standbild standbild ist doch nicht standbild ich geh nicht besser let's play ladebildschirm hier ist niemand hallo hallo yo mama baba ist unser Freund ach da oben ist unser Freund ha 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 Hili hat geantwortet ich hab nach 3 Stunden die Schnauze voll und immer ist dieser Gason dran schuld ach ich dachte schon ich bin dran schuld ich hab auch gedacht dass du es bist hätte ich jetzt auch voll erwartet ich nicht doch ach da ich wollte gerade sagen hä der Hili hat geschrieben worden ja bei Twitch hat er geschrieben bei Twitch bei Twitch ähm östlich 105 kommt ein Team runter mhm ich wollte es nur erwähnen hast du aber gut gemacht Alex ja ist doch ist doch okay dass man das mal weiß dass du beide dass du beide Chats dich meinst ja ne geil nice lob den Jungen nicht so viel das mag der Ben das mag der Benzen nicht glaubt er wieder er ist irgendwer ich das Problem ist wenn ich das mache dann ist er als erstes tot weil du ihn nicht schießt ich schieße nicht auf Teammates sonst waren denn in der Pseudo und Billy ja Billy Seltener aber die haben beide auf mich geschaut kennt ihr ein paar gute LAN Games also Digga Counter Strike 1.6 ist ja das LAN Game ist es doch auch ja aber ne guck mal Blobby Wolli Blobby Wolli Alter ja 3 MB auf der Computer Bild Spiele Seite runterladen fertig Blobby Wolli ist das LAN Spiel ähm dann so Sachen wie Quake 3 Arena ja das sind 300 MB oder so ja genau 2004 aber dann ne oder sowas ähm was ist noch ein gutes LAN Spiel äh ja wie gesagt wir spielen auf Counter Strike Echt? aber auf LAN weiß ich nicht hab ich keinen Bock mehr auf CS Wann spiele ich mal CS? Wann bin ich mal auf LAN? die Zeiten sind vorbei Scheiße ja das hat wirklich sowas kaputt gemacht ne? ja ich hab das gegnerische Team immer noch nicht gefunden aber wir haben dann noch ein bisschen Weg ne? ja das meine ich gerade das find ich jetzt nicht so schlimm spielen bisher nur Warcraft 3 Age of Empires 2 CSS Unreal Tournament 04 Command & Conquer Generals und Moa wo ist das Problem alter? das ist doch großartig das sind doch geile Games eigentlich mega ohne Scheiß ich würd da gar nicht oh K98 oh jetzt kann ich mich schwer entscheiden oh mach ich dafür die Scar raus? ja komm weg mit der Scar ich nehm die Scar ja die liegt hier ich kann ja 30 Schuss für die Scar geben und das wär gut weil ich habe ich mach mit meinen Kumpels so 10 Mann jeden Monat eine LAN wir lassen die Tradition leben sehr gut man sehr gut geile Aktion also da kann man Rainbow Six immer noch einbauen ja aber Rainbow Six auf LAN ist das ein LAN Modus? warum kannst du auch eigentlich einfach 10 in eigenes selber machen ja gut das stimmt ja aber weißt du aber ich weiß nicht was ist noch geil alter Soldier Fortune 2 das hat richtig Spaß gemacht in LAN äh auf LAN im LAN auf LAN YOLAN 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 jetzt brauch ich sie selbst so ein bisschen was ich wie viel hast du? 30 30 oh ich weiß was GRID GRID AUTOSPORT GRID richtig gut LAN weil ihr habt da noch habt ihr auf euch geschossen? also gegenseitig? ey ich hab das noch nur Pseudo aber nein wenn es macht jetzt auch es ist Munition nicht bei GRID AUTOSPORT ist ein richtig gutes LAN Autorennspiel weil sowas fehlt euch da noch in der Liste ne? so ein bisschen Sportspiel aber also ne so GRID geht auf jeden Fall klar ähm ihr könnt ja auch sowas blödes machen wie ähm einen Emulator drauf knallen und dann Alter ich hab grad hier ne Tür die ich nicht öffnen kann jetzt gehts auf mega lagging ja ja hab ich in letzter Zeit ganz oft was? diese mega lags schnitt eben gerade ne? ich drück auf die Tür sie ist auf ich kann aber nicht rein ich hab da schon so viele Games hintereinander wo nur Teammates auf sich selbst schießen ich hab das jetzt einmal gemacht ne? wie lange wird mit LAT jetzt wohl vorgehalten? ewig ich hab dir länger jetzt als Pseudo weil du es normalerweise nicht machst du hast es heute noch groß angekündigt du machst sowas nicht aber mit C und C Generals alter da bist du so gut schon unterwegs LAN technisch hell alles ja ich hab immer lieber Command & Conquer als Warcraft gespielt das ist ganz komisch also Warcraft ist cool keine Frage aber ähm Common Conquer ist futuristischer sagen wir es so ne aber mir hat dieses Setting einfach viel besser gefallen mit den mit den Soldaten davon rede ich ja nur Generals ich weiß ich weiß zwar nicht wie weit sich das noch entwickelt hatte aber Generals hatte damals ein richtig beschissene Netcode als wir das auf der ersten LAN gespielt haben als das rauskam Alter der ist immer wieder abgeschmiert und das gleiche war auch mit ähm irgendwas mit mit Mittelerde da gibt es nämlich auch ein ähm Echtzeit Strategiespiel von von Herr der Ringe das basiert auf derselben auf derselben Engine wie wie C und C ähm das hat aber auch diesen beschissenen Netcode ist das nicht Kampf um Mittelerde? wie hieß das so ich weiß es nicht das äh Hand of Blood und sowas zocken das doch die ganze Zeit gegeneinander ne ne dann ist nein 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 guck mal ich rede doch das ist das ist das alte ich rede wirklich vom vom alten Teil ja das das ist doch ein altes Herr der Ringe was sie spielen als RTS also äh ja ja was sagt es äh es es redet mit uns ey take ich will dass du irgendwas mit dir geben du sollst irgendwas nehmen Benzen take 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 achso take on me meine Stimme ist echt so alter Vierfachsucher kriege ich das für meine K98 ne 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 ach schade du hast ne K98 die meinst du ja ich hab ne K98 ne brauche ich nicht dafür hab ich einen Zweifachsucher der ist noch ein bisschen besser ja können auch tauschen ne ne wir sollten mal ein bisschen Meter machen Leute wir brauchen mal ein Auto hast du mal in der Garage geguckt ob da einer ist? nein 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 vorne ok oh was man auch richtig geil machen kann aber das ist ein bisschen fernab vom vom äh Lahn Gedanken aber das haben wir auch äh auf Lahn gemacht und zwar haben wir ähm PC Kaiser installiert äh kriegst du bei mir auf dem Kanal unter dem PC Kaiser Video ist ein Download Link und dann haben wir alle Zeit gleich das Spiel gestartet und wer als erstes Kaiser war alle so nebeneinander her gespielt ey aber ist natürlich ähm du bist ja in Texas ne ähm ist ein bisschen schwierig mit dem deutschen Bildschirmtexten für deine äh Texaner da Benzen du dumme Fotze der macht das halt einfach jedes Mal oh wie er mich aufregt ich sag ihm jetzt nicht dass hier nein noch nicht ich sag ihm jetzt nicht was willst du du kannst einen einzigen mitnehmen einen kann ich mitnehmen buggy ne das ist ja blöd doch die Schlacht um Mittelerde ja Schlacht um Mittelerde genau aber du hast irgendwas das was du wahrscheinlich meinst naja wenn das das ist also auf der C&C Engine wie schon von außen ich poste dir mal in den Stream aber du bist ein bisschen Mainstream ne wenn du sowas wie Hand of Blood guckst was nein das ist Dings zufällig gesehen achso weil generell da ist selten also ich kenn den komischerweise nur von den hier YouTube Video Days oder wie das heißt der hat da irgendwas gewonnen ne mal letztes oder vorletztes Jahr kann sein ja ich kannte den vorher gar nicht ich kann das nicht posten mir leid aber der hat ja auch so mega viele Abonnenten ne oje ich hab auch nen Buggy alles klar ok ey dann Frau Alex ne Agu nimmst du mich mit jo komm ran Alex holst du Sunshine auf? ja Sunshine schnell der blaue Ding kommt tremmen 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 weg von dem blauen Ding zerfolgt uns na ist ja noch nicht so stark da steht n egal scheiß auf dem Team fahren wir zu meinem gelben Punkt den ich da markiert hab oder wat? boah und wie war ich willst du denn? ja mach ja hier hätt auch nen UHZ gestanden ne? ja haben wir gesehen haben wir gesehen Schuld anhalten hab's dann noch nicht gemacht ja keine Angst ich kann fahren nö hab aber keinen Führerschein nö 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 Ich komme gerade mit dem Buggy, ne? Wo seid ihr? 2 Uhr Sets. Left Side. Sunshine, Left Side. Okay. Wir werden einen wegpauen. Ein Kill. Zweiter Kill. Jo, sauber. Da muss noch was sein. Hier bei mir im Haus. Ist er drin? Ja, ist drinne. Sorry. Ist immer noch drinne. Jawoll. Oh, jawoll! Jawoll! Wow! Alter, was steht so, Alter. Alter. I'm off! Das war ja krass. Wie eben? Ja, du redest in-game, ne? Das weißt du. Ich? Ja, Aku. Ich heißt T-Tasse. Ach so, Aku. Ich heißt T-Tasse. Ach so, Aku. Ja. Einmal mit Rüttas. Wir sind eh jetzt als Team draußen. Wollen wir einfach rausgehen? Ich will noch kurz sehen, ob er uns recht oder ob er drauf geht. Ja, das würde ich auch gerne noch mitnehmen. Ich meine danach dann. Zehn Mann macht der Laden, ne? Und wir haben schon ewig keine Ladens mehr gemacht. Ja, auf geht's zu Alex mit seinem Internet. Hallo, es geht um Lahn, Digga. Da brauchst du kein Internet. Ich weiß. Außerdem ist mein ganzes Haus mit Netzwerkdosen ausgestattet. In jedem Raum. Scheiße. Kill him! Ha ha! Der hat ja nichts an Leben mehr gehabt, der Typ. Wir haben ja auch alle drauf geschossen. Ja, los, lass rausgehen. Doch, ich hab ihn einmal angehört. Schade eigentlich. Da hat zwei Leute gekillt. Alle mit einem Schuss weggehauen. Ja, fuck, Alter. Echt? Da kommen sie mit drei Autos an. Oh, ich hab noch so eine Kindergeschichte von heute. Wolltest du das so hören? Okay. Ja, doch. Erzähl mal. So, beim Essen hat meine Frau irgendwas gesagt und ich sagte einfach nur so, fuck you. Und mein Sohn so, fuck you. Und ich guck ihn so an und sage, was hast du gesagt? Papa, daran hast du Schuld. Ich sag, woran hab ich Schuld? Un-fuck you. So, hat er so. Und meine Frau guckt mich an und sagt, du lernst es auch nicht mehr. Du lernst es auch nicht mehr. Bin in zwei Sekunden wieder da. Jo. Nein. Fick dich. Fuck you. Mach's vor. Jetzt haben wir Nockelini. Nockelini? Wo ist Nockelini? Da ist Nockelini. Hi, Nockelini. Hi. Hi, bist du schon zwölf? Ah, ist das jetzt ein Typ oder ein Mädchen? Ich hab's grad nur ganz leise gehört. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, ich bin gut. Wie alt bist du? Ich bin 11. Oh, nice. Ich bin 12. Okay. Geh, geh, starte. Geh, starte. Geh, starte. Thanks. So ist Benson da oder was? Nee. 11. Ja, das könnte ich mit einem 8-jährigen hier spielen. 11. 11 ist er. Nee, Alex, das glaubst du doch selbst nicht, oder? Hallo, ich glaube, das ist gefakt, Mann. Der ist nicht 11. Wenn die Stimme echt ist, ist es maximal 8. Nein, der ist nicht 8. Wenn die Stimme echt ist, schon. Unser Nockelini. Nockelini sagt es 11. Ich hab gesagt, hi, I'm 12. 3. Ja. Los, komm raus. Hinterher, Nockelini. Ich find das so mega witzig. Oh, das wird so auf die Fresse gleich geben. Hey, hey, Nockelini. Please, please sing a song for me, please. Nockelini. Äh, I have a coffee. Is this your real voice? Yes. No, no, no. Ich erzähle 8, die mit uns hier runtergekommen sind. Ja, kann sein, 2 Teams. So was hab ich auch in der Hand gesagt. Lass uns Spaß haben mit Nockelini. Ich mache. Die Stimme, Alter. Bin ich der Einzelne? I'm from Finland. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich find das so mega lustig. Ich hab keine Texturen. Ich brauch eine Waffe. Da ist einer bei mir ums Eck. Hey, sag mal, wann bin ich... Ich hab' ich das Spiel, weil mein Brotter... ...he will probably play this game... ...with his computer. Hey, euch muss doch auch klar sein. Das ist doch gefakt. Der ist doch niemals echt. Nein, das ist gefakt. Das ist doch keine echte Stimme. Nein, das ist nicht gefakt. Das ist echt. Das ist ein krebskranker, Ben. Ich werde einfach ein Dummdödel. Dummdödel? Ich find's mega witzig. In my house. In my house. Bei mir ist auch einer der ich im Sack. Nee, ich komm hin. Hier ist wirklich einer. Okay, bei... Bei Benson auch, bei Benson auch. Ich geh mal zu Benson, der ist am nächsten dran. Seh ich nicht. Ich bin näher an die dran. Einer ist da rübergeschossen zwischen Benson. Ja, gesehen, 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 gesehen. Ins blaue Haus rein. Oh, er hat mich gefinished. Guck mal, ein bisschen noch geliehen. Nein, ich soll den Kill noch mithaben. Keine Munition mehr gehabt. Oh, scheiße. Oh, fuck. Der war direkt neben mir. Wow. Okay, sorry. Ich wollte nicht so rumschreien. Watch my play, please. Was hat er gesagt? Watch my... Play. Alter, guck ihn dir mal an hier. Wie der Fenster... Alter, guck ihn dir an. Hey, watch my play. Please subscribe. Alex Vendetta on YouTube. Bye, bye. Ah ja, Alter. Ist das wieder sowas, was du dir aufnimmst, ja? Benson? Was? Ist das wieder sowas, was du dir aufnimmst, ja, fürs Handy? Ja. Ja. Ich wollte mich nicht gerade so doll erschrecken. Aber es ist einfach passiert. Oh, scheiße, ey. Gucken wir dem nicht mehr zu? Ne, 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 ne. Wir sind schon draußen. Achso. War schon ready. Achso, ich noch nicht. Press ready. Erstmal noch einen Schluck. Hm. Der noch. Ah. Besser. Jetzt drück ready. Ich hab ready gedrückt. Du doch ready. Ja, ich hab ready gedrückt. Matching. Alter, hast du das Teaming rausgenommen? Nein, hab ich nicht. Warum? Ich hatte Play gedrückt. Ich hatte Play gedrückt und auf einmal was deaktiviert. Doch, hatte ich. Die ganze Zeit nicht. Hatte ich. Guck ins Video, ich hab Beweise. Ja, das steht die ganze Zeit Play. Und dann auf einmal steht da Matching. Warte, 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 warte. Ich hab im Stream geguckt. Warum, warum sind wir dann nur zu dritt? Wo ist dann der Team? Typ? Ich hab's nicht rausgemacht. Dann haben wir keinen Einzelnen gefunden. Hör doch auf. Das glaubt dir doch keiner. Deine Stream-Kaliquität ist so schlecht, dass ich das nicht lesen. Dann musst du bei Twitch gucken. Nicht bei YouTube. Bei Twitch ist die Qualität... Bei Twitch ist die Qualität aber besser. Das ist wirklich so. Das ist ganz, ganz komisch. Bei Twitch... Warum soll ich den denn in die Beschreibung... Benzen sollte doch zwei machen. Einmal für Twitch und einmal für YouTube. Ja, ich mein in YouTube. In deiner YouTube-Beschreibung. Ist auf meinem Kanal. Nein, ich dachte, ich meinte in dem Video drin. In deinem Stream drin. Nein, nicht im... Dann müsste ich nicht auf deinen Kanal gehen. Aber so muss ich ja auf den Kanal gehen. Du musst auf meinen Kanal gehen. Und oben rechts in der Ecke gibt's, glaube ich, einen Link zu Twitch. Ja, das Problem ist, dann muss ich ja auf deinen Kanal gehen. Ja, du musst... Ey, was? Highblacks. Das nach Milter fliegen, oder? Sehr gut. Wenn dein Stream schon sagt, bei Twitch ist besser. Ja. Drei, zwei, eins. Aus. Jim, ach, weg. Hallo, iBims, ab Enzen. Gott, wie komme ich bei dieser Gaming-YouTube-App auf deinem Profil? Einfach um meinen Namen klicken. Ne, das hat nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Passiert ihr öfters, ne? Nichts passiert. Was meinst, wenn sie auf einmal schwanger ist? Hm. Ich habe noch keine... Hä, das geht nicht. Was? Für die Gaming-YouTube-App. Ja, muss das normale YouTube benutzen. Nein, Twitch hast du nicht drin. Den muss ich aber eigentlich drin haben. Echt nicht? Ist das raus? Oh, dann... Da müssen wir mal wieder überarbeiten, Benson. Wird mal wieder Zeit. Ja. Kann ja wohl nicht sein, dass du meinen Kanal so dreckig hier hinterlässt. Was soll denn das? Nein, Twitch guckt, Twitter. Warum, warum auch immer du Twitter raus? Twitter benutze ich viel. Ja. Gucken, ja. Guck mal, ich habe bei Twitter wahrscheinlich schon 12.000 Tweets abgesetzt oder sowas. Hier musst du nicht nachgucken, aber... Alter, es gibt nichts Besseres, als wenn du irgendwas im Fernsehen guckst und da nebenbei Twitter laufen hast. Wie sich die Leute auskotzen über das, was gerade live im Fernsehen läuft. Ja. Tatort, ne? Ist richtig übel, wenn du so... Also ich habe... Ich gucke keinen Tatort, aber wenn du Sonntagabend Twitter anmachst... Das sind 7.000 Tweets. Ach, siehst du? 7.000, keine 12.000. Naja. Naja, siehste. Ich wette, ich habe... 14.000, 56.000 Follower. Ja. Bin ja jetzt nicht so der fette Twitter-Typ, verstehst? 7.000 Tweets schon. Mit ohne Follower. Der war mies. Ach, der kennt das von mir nicht anders. Ich bin sehr, sehr fit. Jetzt geht das ja nicht mehr mit mir. Ne, doch, doch, doch. Ich rede mit euch. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert. Von mir? So, mir leid. Ne, ne, ne. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist immer so das Problem, wenn du voll viel Puppkes gespielt hast. Irgendwann tun dir die Augen weh. Weil du ja immer so viel guckst, ne? In alle Richtungen. Wo ist Loot und Gegner. So, irgendwann tränen wir die Augen, weil du sie so lange auf hast. Ich will nach dieser Runde Puppkes was anderes spielen. Rainbow Six? Okay. Ne, Rainbow Six ist jetzt blöd, ne? Du hast das Update nicht. Ich hab's nicht geupdatet. Ich bräuchte nur eine Stunde. Und Benson hat das nicht, ne? Soll ich einen griechischen Account nehmen? Ne, lass doch mal was, 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 so, ähm, rollenspielmäßiges spielen. So, wie, wie Benson vorhin sagte. So, Anno, Command & Conker. Voll witzig. Ich hab voll viel davon. Ah ja, müssen wir mal gucken. Ja, lass doch mal gucken. Das wär doch voll witzig. Ich will jetzt auch LAN machen mit Watson. Age of Empires 2 HD? Age of Empires 2 HD hab ich. Das wär was. Hat mir der Alex geschenkt. Hab ich dir das wirklich mal geschenkt? Ja gut, du hast doch selber gesagt, du hast ne 100.000er Leitung. Ja, schnell, das ist ja nicht groß. Ja, dann spielen wir gleich noch mal ein bisschen Age of Empires. Machen wir das. Machen wir das doch einfach mal. Das ist doch mal gut. Das ist doch mal was Schöne. Das ist doch ne lustige Sache. Aber ohne angreifen. Ohne anfassen. Ja. Was ist denn alles Hello? Einheiten bauen? Einheiten darf man bauen, ja. Okay. Aber wir darfst du nicht benutzen. Du bist hier eigentlich mit uns irgendwas runtergekommen. Nein. Ist ja verrückt. Verrückt. Und wir sind voll in Mitte des Kreises. Also heißt das, wir können hier vielleicht abgammeln. Also meine lieben Zuschauer, das rowsen. Es wird dann wahrscheinlich so eine 5-minütige Pause geben. Und dann wird es einfach mal nochmal so eine entspannte Runde Age of Empires geben. Aber warum nicht? Aber die Empires. Na 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 na. Wir sind in der Bombing-Dings. Oh cool. Ne, ich bin dran. Ich geh wieder raus. Diese Bombing-Zone finde ich auch irgendwie lächerlich. Der bewegt sich ein Meter da vorne und ist wieder draußen. Hey, ein Rucksack. Eintisch. Hilly glaubt, er hat alles richtig gemacht. Hilly ist auch ein Lutscher. Hilly ist auch ein Lutscher. Die treuesten Leute, die wir hier bei Impuls haben, ja? Jetzt hört mal auf, immer so den runterzumachen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Nein, nein, wir brauchen viele Leute für die Top-Empires. Achso, ich meinte das jetzt gerade ernst, was ich über Hilly gesagt habe. Ja? Ihr dürft, ihr... Das ist mir egal. Das ist mir egal. Hier, bei mir sind die Türen offen. War hier schon einer von euch? Ja, echt. Das ist mir egal. Es ist mir egal, dass Hilly ein guter Mensch ist. Hauptsache. Das ist mir egal. Das ist mir egal, das stimmt. Hier ist ein zweier Helm. Ich sag dir, Egomon ist wieder im Ego-Modus. Ja, okay, ich geh jetzt alleine überall. Es geht wieder los. Egomon Senpai. Ich mach den ersten Platz ohne euch. Ah, ein Dreierhelm. Oh, mir brennt die Augen schon. Ja, voll geil. Dreierhelm. Achterscope für meine M16. Achterscope? Ja, es lag neben dem Dreierhelm. Das ist doch gut gelaufen, da wollte ich gerade sagen. Ich kann dir auch ein Achterscope für deine Autosuppe. Hier, aber ohne Scheiß, wenn ich das streame, dann müsst ihr fair sein. Ohne Scheiß. Dann dürft ihr den Stream nicht laufen haben. Okay. Ja, ja, das sagt er jetzt so. Wenn du null Zuschauer hast, dann waren aus. Du Wichser. Oh, da wird geballert. Ist das einer von euch? Ja, ich. Ich hab einen getötet. Ja, da muss aber ja noch einer sein. Ja, muss noch einer sein. Der war nur aus. Ich weiß aber nicht, wo. Er ist ohne Waffe angerannt gekommen. Hä? Er hatte eine Waffe, aber ist ohne in meine Richtung. Ich hab das schon wieder mit der Tür. Hier, Tür geöffnet. Ja, ich hab auch gerade wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt komm ich rein. Der Verrück. Das hatte ich noch nie vorher. Tür liegt unten auf der Straße. So große Haufen. Militärweste Stufe 3. Uts. Sauber. Sauber am besten ist immer noch. Läuft einer von mir zu? Sauber, saufen, saufen. Keiner bei dir in der Nähe. Oh. Ja. Ich schieß zuerst. Dann machst du den ersten, Alter. Das ist Agro-Ustbrot. Ich hab den ersten gemacht, aber den ersten Kill. Dann geh ich schon mal raus und dann schon mal runter. Mugtad. Ja, oder ist das jetzt blöd, wenn wir... Ist doch ganz witzig, mal was anderes zu machen, oder? Ja. War doch keiner was dagegen gesagt? Ja, ich frag nur nochmal. Ja doch, Billy. Ja, Billy hat was dagegen gesagt. Der spielt sowas nicht gern. Ja, hat er noch gar nicht gesagt. Ja doch, dass er alles richtig gemacht hat. Ja, aber womit ich frage? Ja, ab. Dass er gegangen ist. Ach so. Oh Mann ey, diese Kackscheiße hier mit den Türen. Warum gehen die mal auf und zu? 2 oder 3? Was? Age of Empires 2. Okay. Mit HD-Patch. Ja, ich glaub nicht. Ich hab auch diesen anderen Patch hier. Dieses Sense, Time, Bla, Add-On. Keine Ahnung was. Bedöhnt. Aber... Brauchen wir nicht. Ich seh die Gegner noch nicht. Ja, aber ich glaube, dass das Pupkes, solange meine Leitung echt noch nicht gut ist, für Livestreams echt problematisch ist. Deswegen den Ping. 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 Nee, da wär... Nee, da wär... Also, deswegen zeichne ich das doch lieber auf. Du sagst es. 2,5 Uhr, bei 3 Minuten. Bleibst du da in dem Haus? Hier? Ja, weiß ich nicht. Ich hab immer noch Sicht hier auf das Haus, wo Ago drinne war. Vorne an der großen Kreuzung an die Schweinkeimhaus drin. Ich lag auf der Ago. Wie du? Ja. Ach so. Hinten, ja... Ja, weil... Das Toten... Ja, ja, genau, genau. Das Totenzeichen war hier. Hier hinten an der Kreuzung lag der ein und der andere war halt oben. Ja, wollen wir hier bleiben, Benzen? Wir haben ja eigentlich nichts gerade zu befürchten. Rein theoretisch können wir nur erst nochmal ein bisschen hier... Ähm... Looping Louis... Äh, nee, Looting Louis. Looting Louis betreiben. So. Weil da hinten in den Häusern war ich noch nicht. Da renne ich jetzt nochmal schnell rein. Ich hätte nämlich gern noch einen Viererscope. Wie immer. Also mit einem Vierer treffe ich komischerweise am besten. Wie könnt ihr da hinten auf die anderen zulaufen? Ach, lass doch. Das ist ja halt nur Töten dafür. Seit wann hast du eigentlich die Hunderttausender? Du hattest auch nicht immer so eine gute Leitung? Äh... Seit zwei Wochen wohne ich hier jetzt. Echt? Mh... Okay. Und äh... Bei welchem Anbieter? 1&1 oder... 1&1. Oder Telekom? Und 1&1 hat aber nur 20 Mbit Upload, ne? Keine 40. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welchen Upload hat. Das ist nämlich der Grund, warum ich dann... Also ohne, dass ich Werbung für Nazi-Com machen möchte, aber bei... Das ist der Grund, warum ich bei der Telekom bleiben werde, wegen dem 40er... Also 40 Mbit Upload. Mh. Während du bei 1&1 halt nur 20 hast, ne? Und sonst... Sonst wäre ich auch gegangen. Keine Frage. Ich bin in eine Bombe gezogen. Wow. Ich bin ein harter Typ. Ich bin mein Bundeswehrsoldat ein harter Typ. Ich habe mein Vaterland so furchtbar lieb. Ne, wie ging das? Scheiße. Bundeswehrsoldat ein toller Typ. So geht das. Benzen, du traust dich, aber auch wirklich echt... Ne, du gehst ans Limit. Du gehst ans Limit. Oh. Richtig gut. Benzen, wurde bei dir gerade geschossen? Nö. Nö, okay. Alles klar. Ohne Radfahren. Wie, ich krieg die Türen nicht auf. Agro, gestern habe ich ein Solo-Video aufgenommen und da habe ich dich erwähnt, weil ich anfangs ja so baff war, wie du immer durch die Häuser rennst, ne? So rein, gucken, raus. Und das so schnell mir bewusst geworden ist, dass so peu a peu mein Spielstil in dieselbe Richtung geht, weil das einfach so, man weiß einfach langsam, wie was wie aussieht. Und du hast ja, du hast ja, weiß ich nicht, 200, 300 Schuss, ne? Ich habe das so lange, weil die Türen nicht aufgehen. Ich habe es gerade nur gesehen, dass du es gesagt hast. Hast du es gesehen mit der Tür? Bei dir ging die Türen nicht auf, deswegen brauchst du auch so lange zu bluten. Ja, ich habe einen Upload von 20, ne? Ja, sag ich doch, ja, ja. Und bei Dings hast du halt 40 und das ist der Grund, warum ich bei der Telekom dann bleibe. Entschuldigung, ich rufe extrem viel Upload. Ja, ich, ich. Bei mir macht das Sinn. Du brauchst aber auch trotzdem kein Feedback. Ja, will ich aber. Dann kann ich hochladen, zocken und Livestream gleichzeitig. Ich glaube, das kannst du selbst mit dem 90er. Nein. Oh, ich muss die Spiele-Sounds mal lauten. Kennst du die ganze Zeit lautlos rum? Ja. Ah, Gott. Kennen wir das am Ende? Benson? Nee. Benson, wir müssten hoch Richtung Prison. Ich habe es markiert, linke Seite wird geballert. Jo. Okay, wir gehen weiter. Ja, wir können natürlich auch Stress anfangen. Links fährt auch noch ein Auto. Wo ist für dich links? Linkswestlich. Entschuldige. Scheiß drauf. Lass uns einfach hoch Richtung Norden. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal in mir. Norden ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Schalala. Aber scheiß drauf. Das ist ja so gar nicht meins, Digga. Ne, meins eigentlich auch nicht. Aber mir ist gerade den Kopf gekommen. Dir kommt es öfters mal einfach so in den Kopf. Mhm. Irgendwie oben auf den Berg zieht. Machst du noch mal so ein Geräusch, trinke ich, Scheiße. Dämlicher Assi. Hier hat es mir gerübsen. Ah, hier, hier. Selbstverfolge. Du bist da rechts. Ja, wir haben doch noch. Das Stück können wir noch laufen, oder? Ich finde es bloß komisch, dass Motorräder den Wald spawnen. Ah, Motorcross. Die spawnen da nicht. Stimmt. Stimmt, die spawnen da nicht. Da hat er recht. Aber scheiß drauf. Alter, hier habe ich mal richtig viele Leute gelegt, hier beim Sägewerk, ne? Aber richtig viele Leute. Richtig viele Leute. Richtig viele Leute. Sieben oder so. Boah, jetzt hast du aber richtig viele Leute. Ne, die meisten Kills habe ich komischerweise gemacht mit dir zusammen, Agur. Als war erster worden, wo ich die zwölf gelegt habe. Ich glaube, da kam ich bis, also kam ich nicht wieder dran, ne? Zwölf Kills und erster Platz. Das war, das war bis jetzt, das war das Erfolgreichste. Ja, guck mal, wir beide waren mega krass. Du hattest sieben Kills, ich hatte zwölf. Das sind 19 Kills, ja? Bei 100 Leuten ist das, glaube ich, schon echt ordentlich. Da waren wir zusammen. Das ist ja leider ein Zehntel. Hä? Ist kein Zehntel. 20 Leute, das heißt, wir haben, ne? 20 Prozent. Hat er gerade ja geschossen? Nein, ich habe auf den Tisch gehauen, vor Wut. Weil du so dumm bist. Warum eigentlich immer ich? Ja, hör doch auf. Gute Frage, warum? Benson, kommst du jetzt noch in meine Richtung oder was? Ne, ich spiele nicht mehr mit dir. Ich bin jetzt Egomon. Egomon Senpai. Wir können Mae fragen, ob er mitspielen will. Ja. Math. Das klang nicht sehr motiviert. Aber Math hat, äh, äh, Dings, ja. Der hat letztes Mal auch schon mit uns gespült. Na, ich meine Age of Empires, Digga. Ja, weiß ich. Ja, weißt du. Ne, warte mal, lass mal hier kurz bleiben und abwarten. Ja, dann mach es. Ist mir auch scheißegal. Mein Gott, weiter. Ah, Junge, Junge, Junge. Ich will nur sehen, wo ich in der Punkt springen. Klopp, klopp. Komm rein. Hallo, wir nehmen die neuen Jurohaut. Schokolade. Wir können mit ihm über Gott springen. Nein. Okay, wir müssen hier hin, Benzen. Los, schnell weiter. Ja, nee, komm, wenn wir als erstes da sind, ist alles cool. Oh, nee, ich kann nicht springen. Ob so, hinter uns kommt nix. Ich pupse einfach. Nein. Tu es nicht. Bitte nicht. Lass es, Ratze. Hier, äh, Argo davor und sind doch die, ähm, ähm, ne? Hier, Bunkeranlagen. Können wir da unterirdisch durch? Ja, was? Stimmt. Supi. Welche Bunker meinst du? Guck, guck mal ins Stream. Ja, ich guck mal ins Stream. Guck mal gerade, woher hin? Äh, äh, er drauf. Doch, das müsste klappen. Doch, 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 doch. Das klappt. Ja, ja, da. Ja, da. Dann fährst du natürlich durch, wo willst du hin? Ja, weiter gerade auch. Ja, 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 genau. Auto, Motorrad vor uns. Ja, komm, komm, komm. Stell rein. Ich lauf doch schon. Glaubst du, ich leg mich jetzt erst auf die Liga oder was? Ja. Ich schweige da wieder. Ich deinstalliere gleich die ganze Scheibe hier. Macht das, ich bin ja eh gleich ein Toffchenpon. Ich muss ich dann eigentlich noch runterladen? Weiß ich nicht, hast du schnelles Internet? Du hast auch schnelles Internet, wollte ich gerade sagen. Oh, ne, ich bin bei 86. Oh, hier vorne wird geschossen. Ich habe es gehört. Ich lauf es nur mit einem B runter? Hier, jetzt mal bitte kurz leise. Ich vermute, da vorne, wo ich markiert hatte, da steht nämlich ein Dacia. Oh, ja, 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 da sind zwei Leute reingelaufen. Hast du das gesehen? Nee. Pass auf, wir versuchen hinter die Mauer zu kommen und dann in das blaue Haus. Oh, hinten beim Airdrop auch einer. Oh, da sind zwei, oh, da wird geschossen. Oh, komm. Komm, wir ziehen rechts rüber. Leise, leise, komm. Ja, hat man doch nur. Oh, ich werde von rechts beschissen. Das war ne Nächste. Rüben im blaue Haus. Ja. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wo, Benzen, wo? Ich liege hinter der Mauer. Und wo war der Typ? Äh, hinter blauem Auto. Äh, rotem Auto. Ist es immer noch da? Ja, ist gerade reingelaufen. Komm, 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 komm her, hier zu mir. Sie schießen mir in den Popo. Ja, ja, ich seh's. Hat sich erledigt. Ja, hab ich auch gesehen. Gut. Ich guck mal, ob ich spiele. Benzen, hat es irgendetwas cooles? Zwei. Was? Hat es irgendetwas cooles? Äh, ne schaltgedämpfte Waffe und jede Menge Munition. Und ne Bratpfanne. Das ist es. Das ist das, was ich, das ist das, was ich gesucht hab. Leaf Team. Keine Beschränkung. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Hast du das grad... Noch nicht. Wahrscheinlich seh's gleich. Ey, ich hab gegen diese Metallstangen, die im Fenster drinne sind, geballert. God. Bin nicht. Blöd, ey. Ja, zu weit unten hast du... Ja, 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 nee. Zu weit oben mit dem... Gewehr. Fuck, da bin ich hin. Ah. Mann, Mann, Mann. Heute überhaupt nicht gut gewesen, ne? Ach, scheiße. Aber es ist halt auch echt problematisch. Ich merk es im Spiel. Oder eben gerade hat man den Typen langzuppeln gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream auch gesehen habt, aber der zuppelt so leicht. Ich spüle zur Not noch mal zurück. Und, ähm... Also es ist in der Aufnahme halt besser, weil... Weil, ähm... Ich dadurch natürlich keine... keine Ping-Verluste habe. Äh... Kloppen wir dreimal auf Holz und hoffen einfach, dass ich bald meine schönen Leitungen habe. So. Wir beenden jetzt diesen Livestream, aber sind in ungefähr fünf, sechs Minuten wieder da, äh... mit ein wenig Age of Empires. Ich geh mir kurz meine Schlange wringen und, äh... Wir sehen uns. Ich wünsch euch was. Haut rein! Und bis dennne. Ciao, ciao! Ihr dürft auch tschau-tschauen. Anson? Anson? Ja. Du darfst tschau-tschauen. Tschüss! Ago? Na, ist toll, ja. Tschüss, tschüss. Ihr seid so jazis. Tschüss. 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 Tschüss.